Ja, 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 da bin ich wieder. Dommelpeer 08 meldet sich zum Dienst und wir spielen Gunstar Future Heroes. Nein, ich fische kein Intro wieder Zeit. Ich spiele direkt mal weiter. Ich habe schon mal ein weiteres Level aufgenommen gehabt, aber irgendwas ist da abgefuckt mit dem Video. Also, das ging gar nicht. Ich konnte das nicht hochstellen, weil da irgendwelche Fehler die ganze Zeit aufgetaucht sind. Und deswegen probieren wir das nochmal von vorne. Der Mond. Das ist überhaupt richtig. Ein Edelstahl sollte unter der Pyramide sein, aber nimm dich vor Pink und ihren Sülpernirag. Scheinbar sind sie schon hier. Blue, wer sie ab? Mann, was für eine Plage. So, fangen wir an. Und wie ihr seht, gibt es hier Hardcore ab. Ich kenne das sehr viel schon. Ich habe es auch durchgespielt. Ich habe sogar mal aus Spaß mit Red durchgespielt. Weil ich im Internet gelesen habe, dass Red eine andere Waffe hat. Der hat nämlich statt diesem blauen Laser hier, ähm, statt diesem Laser hier, ouch. Statt diesem Laser hier hat er diesen Kugel Laser. Also genau so wie, ich weiß nicht. Ihr müsst euch mal Gunstar Heroes angucken mit das, was ich mit Andro spiele. Da seht ihr das, welche Waffe ich meine. Und ich rede viel und konzentriere mich gerade überhaupt nicht auf Stuhl. Das ist scheiße. Das ist schlecht euch hier. Nee. Fick deine Mutter, du Arsch. Nein, sorry. Oh, Gott, er kennt mich da. Boah, leck mich doch an meinen Arsch. Hm? Und ich bekomme es euch gleich an. Denn ihr überschwindet dich. Uuuuuh. Du brauchst nicht Spaß zu holen. Ich treffe ich kindischerweise alle gegen. Komm, komm, komm. Oh, die Ton ist nicht gelaufen. So, jetzt habe ich wieder besser den Ton. Schieß! Was ist die Fick fertig hier, ey? Blue! Das sind Gegner. Blue. Blue. Lass dich nicht... Blue. Ja. Hat aber lang gedauert, du Arf. Doch, schick du ruhig dich in. Ja, komm. Raketen! Und Raketen heißen viel Schaden. Denn Raketen... ...hätten und explodieren. Und spamsen euch alle weg. Inklusive mir. Ja. Ja. Ja, ich bin irgendwie ruhig geworden. Ja. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich dieses Level zu sehr kenne und mich das Level schon voll abkackt. Aber ansonsten versuche ich crazy zu sein, damit ihr Spaß habt bei meinem Laber. Okay. Okay. Fliege scheiße geschafft. Jetzt machen wir euch hier alle fertig. Okay. Ich bin nicht. Das stimmt. Ja. Alter. Ah. Nein. Okay. Spring. Schießen. Okay. Jetzt habe ich es drauf. Jetzt sammle ich wieder Energie ein. Denn ich denke... Ja. Hier muss Energie drin sein. In jedem Fall nicht den abgift verpackt. Seht ihr? Man muss... Wie man... Ah. Übrigens. Wie man Items hier einsammelt. Ja. Man wird schlau, wenn man den Teil auf Sega spielt. Man... Äh... Bückt... Also geht runter und drückt A. Dann kann man jeden Scheiß hier einsammeln. Fehler, Fehler. Ey. Nicht mal die Waffe wechseln. Ach ja. Und es gibt einen Super. Was geht ab hier? Scheiße. Wie ging der nochmal? Ich habe irgendwie so einen Superflag drauf gehabt. Ähm. Ich wollte euch den eigentlich zeigen. Alter. Ich glaube, der ging irgendwie so. Äh. Da. Habt ihr es gesehen? Da. Nee. Hä? Irgendwie geht das nicht. Irgendwie geht das nicht. Hä? Ah. Ah ja. Doppelklick. Okay. Seht ihr? Das ist meine ultimative Wunschwaffe. Ja. Das hat jetzt lange gedauert. Sorry. 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 Ich bin da gerade nicht aufs Traum. Fein. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Strahl, der verfolgt die alle. Oh. Ich stelle mich gerade voll an. So schlecht war ich echt. Ich... Ich stelle mich wieder aus. Fynn. Ich stelle mich wieder aus. Ich stelle mich wieder aus. So viel labern. So kippern dich schlecht. So entgegen er teilen. Wollen wir den richtig wegsetzen? Hier, ich habe nicht so mit. was macht der Oh, die war geil. Warte, ich mach die nochmal. No! Geil, oder? Aber genug. Ähm. Das Spiel ja normal. Ich wollte euch das ja eigentlich eine verfickte Scheiße demonstrieren. Nur da ich zu viel Lava und euch zu viel zeigen will, sonst fühle ich mich gerade überhaupt nicht aufs Spiel. Und auch gar nichts hier. Hier. Hier habe ich einen Trick, glaube ich. Warte, die war. Ey. Seht ihr? Geil, oder? Ganz viel Energie. So, jetzt bin ich bereit für den Fuck hier. Das ist nämlich das Allerschlimmste überhaupt. Hier, beim ersten Mal spielen, bin ich hier sogar verreckt. Ich muss alle Küken einsammeln und die dann in diesen Fuck Exit Scheiße bringen. Da seht ihr? Dafür ist ich Bunk, der. Und Bunk, der heißt gutes Spiel. Aber jetzt habe ich das mittlerweile besser drauf. Da, bitte. Nein! Geh da drauf! Ach, geht doch. Fuck. Ne, irgendwie... Ich will aber... Perfekt. Ich habe... Und wenn man sich treffen lässt, dann ist man hier voll am Arsch. Nein, ich... Nein. Hup! So, okay. Puh. Alter, ich habe... Ich spiel gerade. Also, diese... Oh, diese Stage ist mal... Voll am Arsch. Komm, Küken. Baby. Willst du Papa glücklich machen? Geh da rein! Verfickt nochmal! Komm schon. Ja, ich... Hier wird richtig viel geflucht gerade. Ich... Oh Gott. Boah, ich bin hier doch schon mal reingekommen. Seht ihr? Zack! Jetzt fehlt mir nämlich nur noch eins. Hm. Und das war... Hä? Auch hier irgendwo. So. Geschafft. Jetzt bin ich glücklich. Stage clear! Motherfucker! So. Jetzt bin ich glücklich. Aber es geht natürlich direkt weiter. Und... Okay. Ach so. Ja. Sorry, Leute. Ich bin gerade ein bisschen. Echt, ey. Wir haben schon spät. Wir haben gerade ordentlich schon verpeilt im Stadion. Äh. Meiner Energie, ey. Dads. Ich bekam diesen Supersprung auf die Arbe direkt. Niederbads. Ja, ja. Oh. Endgegner. Oder was? Was ist überhaupt ein Endgegner? Der ist jetzt ein Endgegner. Endgegner. Warum bist du einfach? Und warum sage ich, es hat ein Endgegner. Ich war doch hier schon mal. Der richtige Endgegner kommt. Nachher. Wir müssen hier alles backbatsen. Ich glaube, danach kommt direkt jetzt der Endgegner. Genau hier. Überraschung. Hier. Hohoho. Ich bin nicht. Ah ne. Hohoho. Ich bin nicht. Und jetzt mach ich einfach nur den. Das hat mich ein geiler, einfacher Gegner. Ach. Wobei ich nimm die Attacken. Und dann mach ich den hier. BAM. Ich zeig' ich mal alles special. Woher Laser. Das bringt irgendwie gerade der Meister. Ich glaube, du musst ihn nicht oben treffen. So. Was das jetzt war, weiß ich nicht. Dieses komische, eingesammelte Doom. So. Ich hab's geschafft. Das war's für heute. Ich mach nur dieses eine Level, weil... Ihr merkt selber. Ich bin heute voll Pilo. Und ähm... Darauf hab ich echt keinen Bock, Leute. Euch die Tour zu vermasseln, indem ich so ein Scheiß hier laber, ne? So. Speichern. Und ähm... Ja. Das war Gunstar Future Heroes. Over. Nein. Das ist Funk-Royats-Spruch. Scheiße. Ähm. Haut rein. See ya. Das ist Funk-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats-Royats.